Ich lasse Apfelringe in Wodka für eine Woche, oder bis ich nicht mehr abwarten kann. Lieben wir. Wer hat das erfunden? Und jetzt warten wir. Es ist eine Woche vergangen und das Ganze sieht jetzt so aus. Junge, hab ich da Bock drauf. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze jetzt erstmal. Riecht exakt nach saurem. Guten. Schmeckt nach gekochten Apfelringen. Es ist Zeit für den Shot. Na, es ist drauf, ihr. Uhu, Alter. Das schmeckt auf jeden Fall nicht wie dieser saure Likör. Das ist saurer und schmeckt besser. Natürlich brennt es mehr, weil es mehr Alkohol hat, aber es ist saulecker. 9,5 von 10.